Hallo, hallo und willkommen zur nächsten Rennstrecke mit Vieh. Immer noch hier bei Minka in Firgrove, denn Minka hat jetzt noch die letzte Rennstrecke für uns. Das ist Firgroves alte Waldstrecke Andersherum. Das ist eine echte Herausforderung. Reite Firgroves alte Waldstrecke Andersherum. Ja, das stimmt allerdings, Minka, denn das ist nicht unbedingt eine liebste Rennstrecke. Sie gibt 20 Schillinge und 125 XP fürs Pferdchen. Zusätzlich auch noch 100 Ruf mit Firgrove. Ja, wir wollen's reiten! So, hier in dieser Strecke fangen jetzt diese doofen Sprünge gleich mal zu Anfang an. Ähm, ja, versucht es durchaus anfangs erstmal nicht im vollen Galopp, sondern eher so in dieser Schnelligkeit. Denn dann könnt ihr nämlich auch üben und dann immer schneller werden. So, hier dann auch mal wieder ein ganz doofer Punkt, den ich persönlich nicht unbedingt leiden kann. Wenn es dazu noch eine Abkürzung gibt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. So, hier gehen wir dann außen rum und wieder mal über diese komischen Säcke drüber. Hier bitte reinspringen, sonst fallt ihr runter. Eine große Kurve. Und dann geht es hier über ein bisschen Steingewühle rüber und dann zwischen den Bäumen. so, hier könnt ihr nämlich außen rum, dann braucht ihr nicht springen. Und hier einmal, hops, und über diese Strecke drüber. So, ähm, hier bitte nicht abkürzen, sonst verpasst ihr das Fähnchen. Und dann wieder auf die Brücke. So, Vorsicht, hier ist gleich ein Sprung dahinter. Und dann habt ihr aber die Strecke schon fast geschafft. Jetzt geht es nochmal auf die Brücke und hier auch nochmal zweimal springen. Und dann ist es auch schon fast vorbei. Das war es nämlich schon. Ähm, ja, diese Strecke ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt die eine Strecke andersrum, sondern eher so ein Mix aus beiden Strecken. Und es ist eindeutig auch nicht meine Lieblingsstrecke, die Firgrove-Strecken allgemein. Solltet ihr damit auch Probleme haben, ihr seid nicht alleine. Und wir sehen uns natürlich wieder bei der nächsten Rennstrecke oder dem nächsten Championat. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Wenn es irgendwelche Abkürzungen gibt, die ich noch nicht kenne, schreibt mir das bitte, bitte unten in die Kommentare rein. Denn ich kann ja auch noch was dazu lernen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich total über ein Like freuen. Oder ihr abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Aber natürlich kriegt ihr auch noch hier zwei andere Videos von Star Stable verlinkt. Schaut doch da auch mal rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Eure Vieh!